Das Hotel Walünes liegt in Singapur in Singapur. Das Hotel Walünes ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben zwei Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,7 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur zwei Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4 von 6 Sonnen bedanken. Service. Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4 von 6 Sonnen. Zimmer. Die von den Gästen vergebenen 2,8 von 6 Sonnen für die Ausstattung der Zimmer bieten. Viel Raum für Verbesserungen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020